Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Annika Henkelmann und ich freue mich, dass du den Tag mit dieser kleinen Meditation beginnen möchtest, setze dich hierfür aufrecht und bequem hin, kreise ein paar Mal deine Schultern und dann schließe deine Augen. Tauche ein in diesen friedvollen Moment nur für dich. Atme einmal bewusst und tief durch die Nase ein. Nimm neue und frische Energie auf und atme lange wieder aus. Spüre die besondere Energie, die dieser Morgen dir schenkt. Lege eine Hand auf dein Herz. Verbinde dich in Dankbarkeit mit dir und dem gesamten Universum. Höre weiter auf meine Stimme. Verinnerliche und fühle die nun folgenden Sätze. Danke. Und wenn du magst, sprich nach jedem Satz das Wort Danke aus. Danke dem Leben für diesen neuen Tag, der dir geschenkt wurde. Danke dem Leben für die Fülle, die dich umgibt. Danke dem Leben für all die Möglichkeiten, dich frei zu entfalten. Danke dem Leben für die Liebe, die dich erfüllt und umgibt. Danke dem Leben für die Menschen, die dir heute begegnen werden. Danke dem Leben für die Chancen, zu lernen und zu wachsen. Danke dem Leben für dein Maß an Gesundheit. Danke dem Leben für den Frieden im Hier und Jetzt. Danke dem Leben für all die Wunder, die dir heute begegnen werden. Danke dir selbst, dass du genauso bist, wie du bist. Und danke dir selbst, dass du die Welt täglich mit deinem Sein so bereicherst. Nun nimm noch ein paar bewusste und wohltuende Arten. Du Atemzüge, genieße das Gefühl von Dankbarkeit und Liebe. Und genau – haha. Und du geht zum Glück wieder. Und du geht zum Glück. Und du ist, eventuell mehr als variations bei euch mit deinem Sein so. Und du bist. Und dann bewege langsam Deinen Körper. Mache die Bewegungen, die Dir gut tun. Du kannst Dich recken und strecken. Dann öffne Deine Augen. Schenke Dir selbst ein Lächeln und nimm dieses wundervolle und positive Gefühl nun mit in Deinen Tag. Schön, dass es Dich gibt. Namaste Deine Annika